Oh, Mono! Warum? Oh, ich war's... Revi ist so glücklich, weil er überlebt hat. Boah, ich schwör, das war einfach... Überlebt Revi! Das ist so geil, Alter. Das ist so dumm, Alter. Jeder Achtel, aber nicht der Geistigbiener, die in zwei Arme fehlen, Alter. Ja, stirb, Ente, ich hab ne Entdäscher aus meiner Pistole. Jo, Leute. Wir sind wieder, Blockwarte. Es geht weiter mit... Herr Roo! Herr Roo! Malte hat gute Laune, Punkt. Ja, Herr Roo! Ich hab mich überlegt, dass ich rede jetzt erstmal... Oh, oh, in den Arschbuck. Oh, ne geile Sau. Hör auf zuzugucken! Schlepp muss! Oha. Da ist schon ein bisschen... Oh, du willst... Wir haben einfach voll den Chaos hier. Wir haben einfach... Ja. Ja, das nervt mich. Ich wollte ja ne Essenskiste machen. Ich werf jetzt alles zu den Villager rein, was ich nicht brauche. Das ist jetzt hier die AA-Ecke. Bringt mir das was? Glock. Tick, tock. What does my cock say? Das ist ja schon voll wieder. Alle Müllkisten sind schon voll. Oh, du schaust, wir sind wie die... So, hielt mal ganz kurz. Wartet ganz kurz. Wartet ganz kurz. Ich hab was Wichtigeres. Nein. Erzähl du... Das Wichtigeres erleben. Ich bin gleich zurück. Gib mir ne Minute. Komm, ich sammle einfach das auf, was er weggeschmissen hat. Cool. Kohl. Wieso schmeißt du Kohle weg? Hä? Wir haben's doch. Wir haben's doch. Ah, Internet. Internet. Gut, gut. Wir haben's doch. Das Internet ist für Rewi nämlich Neuland. Hallo. Wir haben's doch. Also, guck her, Manuel. Wenn er nicht gucken möchte, dann musst du gucken. Ja. Geil! Was ist das? Ich will auch... Was ist da? Was ist da? Wenn der kommt, machen wir's weg, Alter. Mhm. Er wird's nie sehen, ne? Ja. Rewi wird's nie in seinem Leben sehen. Ihr Huren soll. Ich bin auf Farbe. So. Rewi wird's nie sehen. Doch, ich mach das da jetzt hin. Das ist zu gut. Okay. So. So, los! Warte! Stopp! Was werde ich nie sehen? Hallo, was? Hallo? Okay, komm. Los geht's. Oha! Stopp! Pfeil! Ich hab grad... Oh, oh. Water Arrow? Was ist das? Ich hab grad irgendwie... Siehst du das? Woher kam der? Ich hab grad den Darkness Arrow benutzt. Ja, und jetzt? Tut mir leid. Keine Ahnung, der macht Darkness. Der scheint Dark zu sein. Weg hier! Weg hier! Was habt ihr gemacht mit unserem Haus? Da ist jetzt... Da herrscht jetzt... Warte mal. Der böse Lord, Alter. Ich zeig dir bösen Lord mal Cobblestone. Hat ihn das beeindruckt? Nein! Okay, wir haben jetzt die Darkness für immer. Ey, was haben wir? Zeig mal. Wir haben Darkness in unserem Haus. Hä? Wie guckt er? Wie... Was ist das? Warte, ich hab ne Idee. Wir werden für immer... Wir werden für immer... Immer... Hat jemand nen Timer? Nee. Nee. Aber... Warte. Oh, ja. Oh, ja. Oh. Oh, jo, jo, jo. Ich hab ne Idee, Manuel. Ich hab's. Oh, ja. Ich weiß nicht. Manuel, ich hab ihn wegbekommen. Die Darkness ist weg. Die Darkness ist weg. Oh. Die Darkness ist weg. Und ich bin wieder da. Und ich bin wieder da. Los geht's. Nee, erst ein paar Bohnenpflanzen. Oh Gott. Oh Gott. So. So. Jetzt. Nee. Was denn? Jetzt. Stopp, ich brauch ne Redstone-Fackel. Wartet ihr noch ganz kurz? Na komm doch jetzt. Ich brauch nur ne Redstone-Fackel. Ich geh schon mal zu den Pennern. Hurensohn. Entschuldigung. Weil ich war letztens auf einer schönen... Ah, schick! ...weide und hab dann... Entschuldigung. Bisschen mit meinen... ...gespielt. Hä, wo? Ah, da bist du. Hallo, hallo, ihr. Boah, yo. Das war der böse Lord. Magst mir den Kock so... Boah, ich hoffe, dass der Zauberer, der im Schloss wohnt, einfach so ein richtig verkockter alter Mann ist, den wir so baden müssen oder sowas. Der sich nicht mehr bewegen kann. Der einfach so... Der einfach schon Alterspflege, der so Pflegestufe 5 hat. Und dann müssen wir den, dann müssen wir den so ausziehen. Aber wir müssen das echt ein bisschen auf Vordermann bringen, dann ist das total geil. Wollen wir nicht mal in der anderen Stadt anklopfen? Also ich mein, da waren wir ja jetzt auch schon ein bisschen. Aber ich will hier den Boss töten. Ja, erstmal den Boss. Erstmal den Boss töten. Ja, erstmal den Boss. Also, aber jetzt nicht mich, ne? Nicht zweifeln. Die Fresse. Ja, ich dachte, den Boss... Hier sind wir noch nicht hochgegangen, ne? Ja, da sind wir noch nicht hochgegangen. Ich würde gerne eben hier gucken, was da noch alles ist. Hier ist ein bisschen... Ich bin Gegners. Ja, ich auch. Yolo. Ich schlaf jetzt hier einfach. Der legt sich wieder... Was wollen die machen? Ich wohne jetzt hier. Das hat sich gelohnt eigentlich, ne? Da oben sind auf jeden Fall Gegners. Ja. Ich geh aber wieder weg. Der Rollenschwert. Was bist du für ein Lappen? Mach mal so ein Lappen, Games Display. Oh. Hinter dir, hinter dir, hinter dir. Was? Oh, yo. Danke. Warte, ich helfe euch. Ich schieße ihn runter. Boah, Alter. Jetzt ist gerade ein bisschen unübersichtlich, wer wo ist, Alter. Boah, der kriegt, der kriegt, der kriegt, der kriegt. Ach, Lava. Ich kann Sachen in dem Backpack tun. Das ist ja cool. Wir haben gar keinen Backpack, Alter. Ich habe noch einen gefunden. Ich gebe euch gleich den anderen. Ich habe einen roten Lappen. Ich habe einen kleinen Lappen. Liebe, 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 das ist ein Herz. Da ist der Pedderboss, der Pedderboss. Malte. Der fliegt von meiner Mutter. Der fliegt. Der fliegt. Der schwächste fliegt, Alter. Ärger zu den schwächsten. Ich wäre fast runtergefallen. Ich wollte Kuchen essen, sorry, wirklich. Was ist hier hinter? Ja, wir weiß nicht, ne? Jetzt bin ich immer total gespannt, ob da was drin ist. Ja! Hast du noch was? Ich habe einen Backpack. Was zum Teufel? Ey. Wir werden einfach sterben. Bist du behindert, Junge? Ach, ich habe sie überlebt. Was zum Teufel? Was war das? Einfach, wir sind einfach in so eine dicke Falle rein. Ich habe sie überlebt. Ich habe sie überlebt. Sind da Grabschweine von uns? Ja, chill mal. Ich muss erst mal gucken, was die Pfeile hier aufhören zu schießen. Das hört nicht auf. Bau da irgendwas, Alter. Boah, scheiße, Mann. Fuck, Alter. Das war ja richtig mies. Okay. Jetzt hat sie ja aufgehört, oder? Boah, so viele Gratis-Pfeile. Ja, okay. Bau uns jetzt die Grabschweine. Nein. Nein. No. Dein Ernst? Ja. Okay. Das liebe ich ja schon. Dass sie immer sehr gut spawnen bei mir. Ja. Auch von mir war keiner da. Ja, gut. Ja gut, Revi. Dann wünsche ich dir viel Spaß. Nein, nicht. Aber wir beenden jetzt unsere Aufnahme hier das Mal, weil sonst keinen Sinn. Ja, chillt mal euer Leben. Warte mal. Ich rette euch jetzt erst mal. Ich rette euch jetzt erst mal die Items raus. Du hast ja keine Grabschweine. Wir beenden unsere Aufnahme auch schon mal. So, haut rein. Guck bei Revi weiter, wie es weitergeht. Und ja, bis später, ne? Ich hab die Live-Essence gerettet, Manuel. Ihr chillt ab jetzt noch ein bisschen mit mir hier, oder? Tschüss. Hallo, Jungs? Ja, ja, ja. Ah. Ich muss hier raus. Wenn ich jetzt auch sterbe, dann bin ich tot. So ein Müll, Alter. Nein, Mann. Ihr Faggots. Ich war einfach klar und hab mich durch die Wand gewuddelt. Oh, Mann. Wir haben schon wieder ablautscht. Wie ist es denn möglich, dass der Behinderstanz von uns drei nicht stirbt? Ja. Schaut man sich doch. Was ist denn da los? Ja. Mann, jetzt haben wir für Sonntag ablautscht. Lass schauen. Oh, Mann. Nee, ey. Boa, nee, ey, erdbeck heise. Ey, Revi, bist du eigentlich schwul? Ja. Wurdest du schon mal doppelt penetriert? Ja. Hattest du schon mal sieben Schwänze in deinem Arsch? Ja. Hast du eigentlich schon mit dem Gedanken gespielt, mich nach Geschlechtsverkehr zu fragen? Ja. So geil. Ich hasse euch so, ne? Für die Leute, die nicht wissen, was abgeht, ja, fickt eure Mütter. Das ist ohne Witz. Scheiß Mangel. Hä, was heißt denn hier, was abgeht? Ach, die wissen das doch jetzt schon, ne? Ja. Ja. So eine neue Wette hab ich gehört. Mit Broken Sums hab ich gehört. Revi? Du, du fickst nur Väter, oder? Ja. Ich weiß gar nicht, was daran so lustig ist. Ähm, los. Hallo! Ähm. Ja? Was soll ich denn jetzt auf dem Friedhof für euch machen? Ja, geht ja nicht. Wir sind im Arsch. Nee, nee, nee. Das ist, wenn kein Grabstein spawnt, dann spawnt halt keiner. Ja, soll ich was ersatzmäßig auf dem Friedhof machen? Nein, nein, nein. Du kannst das nicht wiederbeleben. Wir sichern nur unsere Sachen am besten. Hä? Das ist so eine Scheiße? Ja, aber wenn kein Ding spawnt, dann hast du halt Pech. Also, ich mein, du kannst auch in der Lava springen. Da könnte ja auch immer noch jemand sagen, Grabstein, mach halt irgendwas dahin. Ja, genau. Da war es halt einfach zu eng. Also, haben wir Pech gehabt. Aber das ist ja auch das Lustige in der Lava. Nein! Aber das kann ich ja dann direkt mal hier aufgrund tun. Ah ja, posten. Ja, schade, Jungs. Schade, ich werde euch vermissen. Nehmen wir dann auch eine Folge auf, ne? Ja, wir sind jetzt erst mal zwei Stunden gebahnt vom Server. Mach schon, ne? Das wird ja wohl reichen, wenn da einer von uns macht, oder? Ich mach schon auf, schon gestorben, aber in welchen haben wir 23. Egal, Jungs, wir haben unendlich Pfeile. Hat sich eigentlich gelohnt, dass ihr gestorben seid. Der rosa Backtrick, der da drin ist, ist euch. Ich pack einfach alle Sachen, wo ich denke, dass die von euch sind, da rein. Ne, der war von mir. Ich konnte leider nicht alles retten, ne? Das war geil. Aber in Großtheit... Das, das, ja, hoi. Einen Großteil hab ich tatsächlich gerettet. Ja, ist das schon mal was. Wenn du unseres Schwert hast, wär eigentlich alles Teil. Ja, und ich hab das Schild von Manuel, das behalte ich. Nein! Okay. Entschuldigung. Baby? Ja. Halt die Fresse, sonst verbrenne ich das jetzt. Nein. Doch? Was willst du machen? Nein, ich will dir Fragen stellen. Ja, halt die Fresse, oder ich verbrenne dein Schild. Kein Problem, Alter, dann stelle ich dir halt noch absurdere Fragen. Ist gut. Und auch an absurderen Orten, anstatt an einer Aufnahme. Oh nein, bitte. Wer dich einfach an den Eiern hat, was ist denn da los? Was ist denn da los? So mitten in der Stadt. Ey, Revi, findest du diesen Typen, der Junge, äh, heiß und würdest den gerne mal bumsen? Ja. Du im Ficker. Revi? Ja. Du hattest bis jetzt ausschließlich nur Geschlechtsverkehr mit Männern, ne? Ja. Ich hab'n Revolver und wisst ihr, was das heißt? Ich weiß nämlich jetzt auch, wie ich mir Pistolenkugeln mache. Und jetzt geh' ich draußen rum und schieß' Pinguin in den Tod! Weil du unter Naturschnitt stehen! Das ist mir egal, denn ich bin Pistolengrills. Beargrills mit einer Pistole. Pistolengrills. Ja. So, mal gucken, was es heute auf Jujis gibt. Soll ich dir auch ein Gay-Porno raussuchen für dich? Ja. Ich hab' gehört, du findest es... Alter, ist die Pistole geil. Manu, du verpasst gerade den größten Spaß im ganzen Hero-Projekt. Oh mein Gott. Du hast immer nur Spaß mit Männern, ne? Ne, ja. Oh Gott, ich geh' jetzt auf Pinguine schießen. Ich schieß' einfach auf alles, was dich bewegt. Ich bin jetzt so ein schießwütiger Amerikaner. Stehenbleiben! Tja, was hast du da vorhin, Kevs Haus? Okay, ich brauch'n Pinguin, den ich erschießen kann. Ich will wissen, wie viel Damage das Ding macht. Ich hab' einfach ne Knarre! Ich will... Ich bin... Ich bin der Rick Rose des Hero-Projekts. Mann, weißt du, wie es mich abfuckt, dass du nicht gestorben bist? Weißt du, wie es mich abfuckt, dass ich... Was war das? Da war ne Hexe. Das ist das Hexe, weil wenn wir in so ne Falle kommen, da schlag' ich einfach noch so auf dich drauf. Boah, jo! Das Ding macht acht Schaden! Warum nicht sieben? Acht, Junge! Alter, ich bin der Revolverheld des Wilden Westens! Und ihr beide seid tot! Ähm, wisst ihr, wie lange meine Aufnahme geht? Was krieg' ich dafür, dass ich dir sage? Ja, genau. Was kriegen wir dafür? Ähm, eure Sachen. Was kriegen wir dafür? Ey, Jungs, mach jetzt bitte keinen Miesen ohne Witz, das ist richtig scheiße. Also, mein Teimer sagt momentan zehn Minuten. Aber, du, ich hab den ja später erst angemacht. Also, ich sag mal so... Ich will jetzt so in den nächsten zwei Minuten... Ja. Aber was lernen wir jetzt im Nachhinein? Dummheit schützt vor Strafe, Alter. Ohne Spaß. Das merkt man. Ah, das... Wisst ihr, was ich gelernt hab? Dass Pinguine Huchensöhne sind und von mir mit der Pistole erschossen gehören. Gleet ist Feed im Sinne. Oh Mann, Alter. Feed mein Gleet, Junge. Oh Mann, oh. Warum? Ohne Spaß. Revi ist so glücklich, weil er überlebt hat. Boah, ich schwör. Das war einfach... Überlebt Revi. Das ist so geil, Alter. Das ist so dumm, Alter. Jeder Acker, aber nicht der Geißigbiener, die in zwei Arme fehlen, Alter. Stirb, Ente. Ich hab ne Ente erschossen mit meiner Pistole. Wie ist das überhaupt möglich, dass der Junge spielen kann, Alter? Pass auf, jetzt stolper ich einfach noch so über so einen Stack Diamanten. Dann hab ich einfach so den übelsten Wind und ihn hat einfach komplett verkackt. Ihr seid einfach die Losers. Ihr seid die Losers des Hero-Projekt. Willst du Revi nicht nochmal was fragen? Ja, Revi. Bist du homosexuell? Ja. Revi. Ne, muss man zustehen. Dass du an einer Orgie teilgenommen hast, wo irgendwie so 50 Obdachlose mit Eichekäse da waren. Und du hast jede... So, das war's von meiner Folge Hero-Projekt. Wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahme. Tschüss, Leute. Schatz für einen Einzelnen. Tschüss. 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 Tschüss.